Willkommen zu meinem neuen Lernvideo. Heute soll es um die Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen gehen, also letzten Endes um die Konduktometrie. Ziemlich wichtiges analytisches Verfahren und wir wollen zu Beginn gerade so ein paar Formeln herleiten, die man dafür häufig verwendet und deswegen brauchen sie eben ein Blatt Papierstift und ich würde ihnen auch empfehlen, dass sie sich ein Arbeitsblatt holen und zwar finden sie das auf der Seite laborberufe.de im Ordner C3CL, weil nachher im Verlauf dieses Lernvideos müssen sie dann eben noch die Aufgabe Nummer 1 selber rechnen. Das Ganze ist auf Chemielaborantenniveau drittes Lehrjahr. Schauen wir uns mal zu Beginn eine solche Leitfähigkeitselektrode an. Das sieht erstmal ähnlich aus wie eine pH-Elektrode. Das ist einfach so ein Stab, der in die Lösung getaucht wird, in der sich Elektrolyten, also Ionen, befinden und dieser Stab hat einfach die Aufgabe, erstmal den Widerstand zu messen, den diese Flüssigkeit hat. Sie transportiert ja den elektrischen Strom, weil ja freie Ladungsträger vorhanden sind, in diesem Fall Ionen. So kompliziert ist es auch gar nicht, weil wenn Sie mal genau schauen hier unten, sehen Sie, dass sich da eine kleine Lücke auftut und das ist der Bereich, der eben in die Lösung getaucht wird und hier zwischen den beiden Seiten wird eben der Widerstand gemessen, den eine Lösung besitzt. Wir können also folgende kleine Abbildung übernehmen. Wir haben hier zwei Elektroden. Auf der einen Seite war die eine Elektrode, auf der anderen Seite des Stabs war dann eben eine baugleiche Elektrode und die Widerstandsmessung, die funktioniert in diesem Fall mit Wechselspannung. Das ist ziemlich wichtig, weil wenn man hier Gleichspannung anwenden würde, dann käme es zur elektrolytischen Zersetzung der Lösung und das wollen wir ja vermeiden. Die Ionen sollen zwar den Strom transportieren, es soll sich aber möglichst wenig Stoff abscheiden an den Elektroden. Es soll also nicht zu einer chemischen Reaktion kommen. Deswegen schreiben wir uns auf. Das Ganze findet eben mit Wechselspannung statt. Das hier, das sollen also die Elektroden sein. Zwischen denen, das sind die Elektroden, die der Widerstand gemessen wird. Letzten Endes ist es nur so, dass das Gerät messtechnisch den Widerstand misst und dann eben das Ganze in eine Leitfähigkeit umrechnet. Das heißt, wir schreiben noch auf. Ich bin rate億 prober exatamente alle Zersenogelektionen. Spannung an der Zersenogelektionen. Mein watercolor � Var lu New Piece, das war sehr Mentors oder M pegarlektionen. Die Shallbeb leaving den Weinbereich in der fastwechs, bei dem gab es da die Per象. Lasst crops wiederum, die lan Wert durch und den Zersenogelektionen. Auch wenn das Gerät den elektrischen Widerstand misst in der Lösung zwischen den beiden Elektronen, kann es daraus die Leitfähigkeit bestimmen. Weil letzten Endes wollen wir die Leitfähigkeit haben, die die Lösung besitzt. Und dafür sind jetzt einige Rechenschritte nötig, aber es ist einfach eine mathematische Umformung und man kann eben anhand des elektrischen Widerstandes direkt dann die Leitfähigkeit berechnen. Das schreiben wir also gerade noch auf. Wir wollen diesen mathematischen Zusammenhang zwischen Widerstand auf der einen Seite und der elektrischen Leitfähigkeit kurz uns herleiten, mithilfe von Formeln. Das machen wir als nächstes. Der gemessene Widerstand zwischen den beiden Elektroden hängt von dem Abstand ab. Je größer dieser Abstand ist, desto größer ist der Widerstand. Das heißt, der Widerstand ist proportional zu dem Abstand oder proportional zur Länge zwischen diesen beiden Elektroden. Der Widerstand ist auch umgekehrt proportional zur Querschnittsfläche. Das heißt, je größer diese Querschnittsfläche ist, desto kleiner wird der entsprechende Widerstand, weil eben den Ladungsträgern mehr Fläche zur Verfügung steht, um von einer Elektrode zur anderen zu gelangen. Man kann also folgende mathematische Beziehung aufstellen. Der Widerstand ist nichts anderes als eine Proportionalitätskonstante mit der Bezeichnung Rho mal die Länge geteilt durch die Fläche. Also mit Länge ist der Abstand zwischen den Elektroden gemeint. A ist die effektive Querschnittsfläche des Leiters und diese Proportionalitätskonstante Rho, also das gleiche Symbol wie auch bei der Dichte, das ist hier der spezifische Widerstand. Und das spezifische Widerstand, dessen Einheit kann man sich leicht herleiten, wenn man weiß, dass der Widerstand selbst die Einheit oben hat. Und das spezifische Widerstand kann zum Beispiel dann folgende Einheit haben, die man eben da angibt. Oben mal Quadratmillimeter durch Meter. Weil wenn man diese Einheit hier annimmt für den spezifischen Widerstand, wenn man das mit der Länge multipliziert, dann kürzt sich das Grad mit dem Meter hier im Nenner weg. Und wenn man es teilt durch die Querschnittsfläche Quadratmillimeter, dann kürzt sich dieses Quadratmillimeter mit dem hier weg und es bleibt bloß noch oben stehen. Und das ist eben die Einheit des Widerstandes. So, man kann diese Gleichung auch umformen nach Rho, also nach dem spezifischen Widerstand. Und Rho ist dann nichts anderes als R mal A durch L. Der Kehrwert des spezifischen Widerstandes, also 1 durch Rho, das wird Leitfähigkeit bezeichnet und erhält das Symbol Kappa. Sieht aus wie das griechische K. Das ist also einfach nichts anderes als der Kehrwert des spezifischen Widerstandes. Kappa ist gleich 1 durch Rho. Und mit dieser Definition für Rho, R ist gleich A mal L, kann man also gerade den Kehrwert bilden davon. Und man kann für dieses Kappa dann auch schreiben, Kappa ist 1 durch R und das mal A durch L, was hier steht, das kehrt sich ja auch um und es wird dann L durch A draus. Und Kappa ist nichts anderes als 1 durch R mal L durch A. 1 durch R, das bekommt auch häufig das Symbol G, das ist der sogenannte Leitwert, der wird in Siemens angegeben, wobei Siemens nichts anderes ist als 1 durch Ohm. Man kann also zusammenfassend auch schreiben, Kappa ist gleich G mal L durch A mit G eben als Leitwert. Die Einheit von Kappa kann man sich auch leicht herleiten. Weil die Einheit des Leitwertes ist ja das Siemens und der Abstand, also die Länge zwischen den beiden Elektroden, die kann man in Zentimetern angeben. Und die Querschnittsfläche, die kann man in Quadratzentimeter angeben. Und dann sieht man, dass man einmal das Zentimeter kürzen kann, im Zähler und im Nenner. Und das ist das gleiche wie Siemens pro Zentimeter. Das ist also die Einheit der Leitfähigkeit Kappa. Sehr häufig gibt man auch Millisiemens pro Zentimeter an. Wenn die Leitfähigkeit doch nicht ganz so groß ist, wählt man einfach Millisiemens pro Zentimeter. Oder wenn man stark verdünnte Lösungen hat, dann kann man sie auch in Mikrosiemens pro Zentimeter angeben. Dann ist die Leitfähigkeit sehr gering. Das sind also typische Einheiten für Kappa. Schreiben wir uns also gerade auf. Das ist also die Leitfähigkeit. Das ist auch nicht so großartig. Das ist die Leitfähigkeit. Dann kann man in religiöse, dann kann man sich auch nicht so großartig. Dann kann man sich auch nicht so großartig. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zu einer Konstanten K, also Kappa ist dann nichts anderes als G mal K. Und K, diese Zellenkonstante, die hat die Einheit 1 pro Zentimeter. Das haben wir ja schon vorher gesehen, dass man einmal die Längeneinheit hier kürzen kann. Und dann diese Zellenkonstante, die hat eben die Einheit 1 pro Zentimeter. So, und die muss man jetzt noch bestimmen, weil die ist natürlich auch nicht bekannt. Wenn L und A nicht bekannt ist, dann kann natürlich auch diese gemeinsame Konstante, diese Zusammenfassung auch nicht bekannt sein. Allerdings kann man die über eine Kalibrierung rausbekommen. Das heißt, man kauft Kalibrierlösungen, von denen man das genaue Kappa kennt. Dann bestimmt, hält man eben die Leitfähigkeitselektrode in eine solche Lösung. Die misst dann letzten Endes den Widerstand oder den Kehrwert des Widerstandes letzten Endes und dann kann mit Hilfe von dieser Kalibrierlösung dann eben auch die Zellenkonstante berechnet werden. Wenn man die dann einmal weiß für die Elektrode, dann kann man eben dann die nutzen und dann über solche Leitwertmessungen oder Widerstandsmessungen eben die absolute Leitfähigkeit anderer Lösungen angeben. Schreiben wir uns also gerade auf. K kann über Kalibrierlösungen mit bekanntem Kappa bestimmt werden. Wenn jetzt also K bekannt ist mit Hilfe der Kalibrierlösungen, dann kann man eben die Leitfähigkeitselektrode nutzen und in eine unbekannte Probelösung. Probelösung tauchen und durch Messung des Widerstandes oder des Leitwertes lässt sich dann die absolute Leitfähigkeit Kappa dieser Probelösung bestimmen. Wir schreiben uns also gerade noch auf. Mit K kann durch Messung von R bzw. G das Gerät die Leitfähigkeit Kappa einer Probelösung angeben. Von Zeit zu Zeit sollte man dieses K dann eben neu bestimmen, wenn man die absolute Leitfähigkeit einer Probelösung haben will. Allerdings ist es häufig so, dass man die absolute Leitfähigkeit gar nicht braucht. Häufig wird die Konduktometrie nämlich eingesetzt bei Titrationen, um den Endpunkt zu erkennen der Titrationen. Und die absolute Leitfähigkeit ist dafür gar nicht nötig. Sie können jetzt alleine die Aufgaben 1.1 und 1.2 auf dem Arbeitsblatt weitere Aufgaben zur Konduktometrie und zu konduktometrischen Titrationen lösen. Dafür brauchen Sie bloß die Formeln, die wir gerade hergeleitet haben. Sie finden dieses Arbeitsblatt unter www.laborberufe.de im Ordner C3CL unter diesem Titel. Die Lösungen zu den Aufgaben finden Sie im gleichen PDF-Dokument auf der letzten Seite.